Eigentlich habe ich nur drei Fragen. Wie war es früher? Wie ist es heute? Und wie sieht unsere Zukunft aus? Wir haben bis jetzt seit 1800 ungefähr 80% aller Vogelindividuen verloren. Und zwar hauptsächlich durch Pestizide, durch rigorose Methoden in der Landwirtschaft, in der Postwirtschaft, im Tourismus. Da ist eine Zeitbombe nach der anderen losgegangen. Fünf Jahre lang habe ich nach außergewöhnlichen Momenten in der Natur gesucht. Lassen Sie uns gemeinsam die letzte Wildnis vor unserer eigenen Haustüre entdecken. Hünf Jahre lang kann undandi kommen. Wohl Ins Israelites